Lifty und Scoop, die Roboter und Lea, machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo, Leo der Lastwagen. Das ist der Flughafen. Das rote Flugzeug ist bereit für den Abflug. Es fährt zur Startbahn. Rotes Flugzeug, Starterlaubnis erteilt. Es beschleunigt und hebt ab. Leo mag es, Flugzeuge zu beobachten. Hallo Leo! Die Roboter spielen mit einem Windrad. Oh, 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 oh heja. Hallo Lea! Hey, wollt ihr nicht auch mal fliegen? Also ich finde, das hört sich gut an. Allen gefällt diese Idee. Und wo wollt ihr hinfliegen? Wie wär's mit einer Insel, wo es Muscheln gibt? Die glänzen so schön. Alle rennen zum Flugzeug. Da können wir nicht hinfliegen. Warum denn nicht? Auf der Insel gibt's keine Start- und Landebahn. Das Flugzeug kann also nicht landen. Dann bauen wir eben ein Wasserflugzeug. Ein Wasserflugzeug braucht keine Landebahn. Es kann direkt auf dem Wasser landen. Die Roboter wollen auch zur Insel fliegen. Schau mal, sie bringen Teile des Wasserflugzeugs, um den Autos zu helfen. Leo lädt die Teile ab. Lea hat auch Teile gebracht. Die Roboter bringen die Turbinen. So viele Teile. Womit fangen wir an? Das ist die Schalttafel. Steuerknüppel. Sitze für die Piloten. Der obere Teil des Rumpfs. Windschutzscheibe des Cockpits. Flügel. Höhenruder und zwei Turbinen. Und die Schwimmer, damit das Flugzeug nicht untergeht. Klappen. Alle Teile sind an ihrem Platz. Kann es ohne Wasser abheben? Na klar. Das ist das Fahrwerk. Die Räder des Flugzeugs. Und wer ist der Pilot? Am besten, wir zählen es aus. Der rote Roboter ist der Pilot. Wir haben leider etwas vergessen. Was denn? Die Propeller fehlen. Was? Propeller. Stimmt. Wie ein Windrad. Leo und Lea wollen im Hangar die Propeller suchen. Wir brauchen zwei Propeller. Lea, wie wär's damit? Äh, n-n. Nein? Und was ist mit denen? Lea, die müssten passen. Prima. Leo nimmt den einen Propeller mit und Lea den anderen. Fang mich. Die Propeller sind an ihrem Platz. Zeit an Bord zu gehen. Die Propeller drehen sich. Die Klappen sind zu. Das Wasserflugzeug beschleunigt und hebt ab. In der Luft werden die Räder eingeklappt. Unsere Freunde fliegen zur Muschelinsel. Hurra, das Flugzeug ist auf dem Wasser gelandet. Oh, wie schön. Der lilafarbene Roboter möchte aus Sand einen Turm bauen. Lea kann in der Muschel das Meer rauschen hören. Leo hat aus Sand ein Flugzeug gemacht. Und Scoop und Lifty haben eine große Sandburg gebaut. Ein Wasserflugzeug zu bauen und auf die Muschelinsel zu fliegen, war eine gute Idee. Willkommen encontrar im Wasserflugzeug zu bauen. Für gesund aufs Sand долларов. Muss puppets. Das ist Wasserflugzeug. Das ist Wasserflugzeug zu mit dem Wasserflugzeug zu bauen. Also auf der 봐, das Work avezético. Undotion seit letztem.